Servus Leute und herzlich willkommen hier bei den Boobs. Man möge denken, dass sie irgendwelche tollen Geister sind oder sonst irgendwas, aber nein, das sind stinknormale, komische, bleistfrechende Pflanzen oder sowas. Das stinköde, aber nun gut, wir müssen halt mal leider sie töten. Wir haben auch gar nichts gegen die Boobs eigentlich, aber wir müssen sie halt wirklich töten, einfach nur um ihre, was weiß ich, was kriegen wir eigentlich von denen. Irgendwelche komischen Quest-Lied im Zeug, ne? Hey, die gehen alle auf ihn. Geht auf mich, ihr blöden Viecher. Glaub's nicht. Auf jeden Fall, Dexy ist auch noch dabei. Geld, Geld aufheben, natürlich wie immer. Auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wir spawnen keine mehr, da hängt's noch irgendwo einer von. Aha! Wir sehen, durch die Wand durch. Schön Wallhack und so. Ist klar. Und jetzt hoffe ich mal, dass hier die letzten von den übrig gebliebenen vier noch schön rauskommen. Fände ich auf jeden Fall sehr nice. Hallo, angreifen. Weil, ähm, ja, dann hätte ich die Quest auch noch fertig. Und die letzte Quest, die wir beendet haben hier, hat ja richtig schön viel, ähm, EXP gegeben. Insofern könnte das auch nicht schaden, wenn wir jetzt einfach nochmal so viel kriegen. Weil dann steigen wir bald schon Level auf. Das heißt bald, aber dann in absehbarer Zeit. Nicht so wie vor einigen Quests, wo wir einfach gar nichts gekriegt haben. Ähm, und dann passt das. Noch zwei. Käpt'n. Warum ist er so schnell, ey? So unglaublich. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Peña, Peña, Peña. Wir brauchen die normalen, Mensch. Die haben's immer noch nicht kapiert hier. Da ist noch ein normaler. Ähm. Warum ist Taxi so tausendmal schneller als ich? Das ist echt unfair. Ich renne hier lang wie so eine arme Krücke. Aber gut, ich bin auch komplett umgebracht. Insofern will man jetzt auch nicht zu viel verlangen. Oh, hier ist ja Hammer, ey. Das sind ja einfach mal 10.000 Viecher, ey. Das ist ja episch. So lobe ich mir das halt. Nee, ist ein Käpt'n. Egal. Was soll's, was soll's, was soll's. Nehmen wir alle mit. Den da auch noch, der jetzt gerade noch vorbeigekommen ist. Und ich würde sagen, das müsste, wenn wir ein bisschen Glück haben, die letzte Fuhrer sein. Brauch ich zumindest stark. Mystical. Auch eigentlich gar kein schlechter Name für mich fest. So, gleich wieder AFK. Brauchst noch ein paar Power-Ups. Ähm. Hab noch von letztem mal echt genug. Insofern, Dankeschön. Aber im Moment nicht. Weil ich hab ja schon mal relativ viele Power-Ups von ihm gekriegt und so, äh, bekommen. Insofern, ähm, dürfte das erstmal jetzt reichen, weil ich hab echt sauviele bekommen. Jetzt kann ich hier zwei davon löschen. So, dele. Jetzt haben wir 10, genauso viel wie wir brauchen. Ähm, gut. Und dann, okay, wir hören uns die Tage und machen nicht mehr zu lange. Ja, ja, ja. Ist klar. Also gut, bis dann. Und ich würde sagen, wir teleportieren uns, beziehungsweise, ich will immer teleportieren und sagen, eigentlich ist es ja Blingwingen uns mal schön nach Darkon. Da, wo wir eigentlich jetzt wieder hin müssen. Oder? Haben wir doch alle? Wir haben alle und wir müssen da hin. Das heißt, ja, Darkon ist ziemlich gut angebracht. Und, ciao Dexi, wir sehen uns. Schon bin ich weg. So schnell kann's gehen. So schnell kann's gehen. Auf jeden Fall. Zack, zack. Ne, Moment. Das war grad nicht so ganz das, was ich wollte. Ich wollte eigentlich sieben. So. So wollte ich machen. Genau, genau. Und dann fliegen wir gleich schon dahin. Wir haben jetzt 41%. Bin mal echt gespannt, wie wir gleich haben. Ich hoffe einfach mal nur, dass wir mehr als ein Prozent kriegen. Sogar, das wäre natürlich Hammer. Und, fände ich echt mal Hammer. Muss ich echt sagen, dass ich das Hammer fände. Aber gut, kann auch natürlich sein, dass wir jetzt wieder ein bisschen weniger kriegen. Quests sind ja sehr abwechslungsreich, sag ich mal, in der Erfahrungsverteilung. Manchmal kriegt man gar nichts, manchmal kriegt man relativ viel, manchmal kriegt man Zeit 2000, manchmal kriegt man eine Million Penja. Aber gut, will ich jetzt nichts drüber... Oh. Leute, Leute. 6%. Das finde ich echt episch. Die Quests machen mir grad richtig Spaß. Carrier Bomb. Töte 20 Carrier Bonds in Suche. Ja, das ist ja Hammer. Leute, das sind so einfache Quests hier. Das ist ja episch. Das sind jetzt grad die Smallen. Die müssen natürlich nicht töten. Das ist ein Giant. Den müssen wir auch nicht töten. Das ist ein Normaler. Aber ohne Schwitz, Leute. Die Quests sind ja echt genial. Wir kriegen 6% für nix eigentlich hinterhergeworfen. Finde ich jetzt echt mal episch hier. So, wir fangen jetzt einfach nochmal an hier, eben mal ein bisschen aufzuräumen. Weil Zeit haben wir auch noch gut. Und jetzt brauchen wir 20 Carrier Bombs. Da oben stehen doch 10.000. Insofern nehmen wir die einfach mal alle mit. Würde ich behaupten. Upsa, nicht zurücksetzen, bitte. Das ist nämlich sehr ungut. So, da läuft noch eine. Da läuft noch eine. Ist das Fernkämpfer eigentlich? Ja, ist das Fernkämpfer. Natürlich, natürlich. Ist doch ganz klar. Den nehmen wir einfach noch mit. So, dann laufen wir noch ein Stückchen in die Richtung, damit auch alle schön ineinander hängen. Wie immer, kennt ihr ja bereits. Und jetzt würde ich sagen, geht mal schön auf die hier. Weil wir sind einfach mal 10 Mal mehr. Und die müssten sich jetzt eigentlich relativ in die gleiche Richtung auflösen. Wenn sie sich dann auflösen. Die bleiben aber relativ chillig auf einer Stelle stehen. Das finde ich auf jeden Fall mal genial. Aber ich kriege auch gut Schaden hier. Muss man auch mal echt anmerken. Aber egal, ist ja auch eine Menge. Und sind immerhin auch nur 13 Level unter mir. Okay, das klingt ein bisschen scheiße, bitte. Aber gut. Ungebufft und so weiter und so fort. Insofern kann es auch nicht schaden, hier mal eben was zu essen. So, wie viel haben wir? 10. Ne, 9 mehr. Das ist natürlich guter. Das ist natürlich guter. Egal. Wir legen gleich mal weiter los. Wisst ihr, was wir vorher machen? Wir machen mal eben hier vorher die Buffs rein. Dann geht das Ganze vielleicht auf lange Sicht doch schneller als anders. Und das wäre natürlich auch Hammer. So, das machen wir auch mal rein. Obwohl wir es gar nicht so doll brauchen. Zack, zack. Jetzt kommst du mal eben mit. Und du kommst mal eben mit. Und dann kommst du natürlich mit. Und dann kommst du natürlich mit. Alle sind eingeladen auf die fette Party. Und die kleine Carrier-Bomb auch. Oh, scheiße. Nicht der Giant eigentlich. Egal. Passt schon. Du benutzt Heal. Warum benutze ich Heal? Weil er hat gesagt, ich benutze Heal, alter. Na gut. Egal. Wir könnten auch natürlich jetzt so weit weglaufen. Dass der Giant genau uns jetzt verlässt. Das werde ich auch gleich versuchen. Weil auf den Giant habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so Bock. Muss ich gestehen. Ja, hopp. Verpiss dich, Giant. Verfolgt dann aber lang, Leute. Gut. Das reicht. Ach, den kleinen haben wir jetzt leider auch noch verloren. Aber egal. Was soll es immerhin ist ein Großteil da geblieben. Und die kriegen wir jetzt auch schön alle auf einem Haufen. Na toll. Ein Großteil ist natürlich wieder nicht. Aber egal. So ist es ja immer mit Fernkämpfern, Dingster, Boomster. Ihr wisst Bescheid. Die nerven mich dann immer. Zur Tode. Aber gut. Ich hoffe jetzt mal nicht wortwörtlich zur Tode. Warum haben manche, ach nee. Die haben in der linken Hand Dynamit oder so. Und in der rechten Hand haben sie eine fette Bombe. Okay, von mir aus. Von mir aus, von mir aus. Soll mir recht sein. Solange sie die nicht hoch sprengen und nicht mit. Ist doch alles in Ordnung. Zwölf haben wir schon. Von 20. Und hier sind auch nochmal gut welche drin. Zack. Das heißt, wir machen jetzt die noch eben schnell so platt. Oder doch schnell mit einem AOE. Haben 16, haben 17. Sehr schön, sehr schön Leute. Das heißt, es fehlen auch wirklich nicht mehr allzu viele. Wir müssten nur noch relativ schnell zusammenkriegen. Noch die restlichen drei. Und vielleicht auch noch, wir müssen eigentlich noch in dieser, in diesem Partie klappen. Wir werden natürlich jetzt nicht mehr töten als wir müssen. Das ist natürlich auch ganz klar. Oder machen wir doch, weil die gerade auf dem Weg sind. Und hier gerade irgendwie ein bisschen blöd rumstehen. So. Ach Gott, das sind ja Fernkämpfer, ne? Egal, hab ich verpennt. Ne, dann geh mal lieber auf die hier. Die stehen gerade näher beieinander. Und ist wichtiger, dass wir die erstmal töten. So. Jetzt geht mir natürlich gleich noch die FP aus. Aber egal, ich hab ja noch so einen schönen Trank hier. Zack. Dann müssten wir euch auch mal was kaufen, weil irgendwie... Äh, okay, aber auch nur beim Questen brauch ich nicht so viel. Normalerweise brauch ich die nie. Aber gut. Was soll's. Noch zwei muss ich töten. Jetzt hab ich natürlich noch den gepullt. Natürlich, natürlich. So, haben wir alle schon getötet. Das heißt, ich mach jetzt eben noch den Captain fertig hier. Wenn mich auch schon nervt. Und den machen wir auch noch eben fertig. Würfte ja eigentlich nicht zu lange dauern. Dauert aber schreckenderweise doch relativ lange. Aber gut, was sollen wir machen? Zack. Sehr schön. Auf geht's. Quest abgeben und nochmal schön. Prozente kassieren. Hoffentlich zumindest stark. Aber wenn's jetzt wieder so aussieht, dann dürften wir gleich 6% mehr haben. Das heißt, 53. Das find ich auf jeden Fall sehr Hammer. Halt, Moment. Wo muss ich die abgeben? Da. Na toll. Ganz klasse. Jetzt dachte ich, gebe ich die noch ab hier in dem Part. Aber ich glaube ehrlich gesagt, das wird doch nichts. Weil, es klingelt schon bereits. Das hat natürlich, hätte perfekt gepasst. Aber gut, dann muss ich jetzt eben da hinfliegen. Aber ich fliege jetzt nicht direkt jetzt ganz dahin, weil der Part ist, wie gesagt, schon eben zu Ende. So, machen wir die Kamera ein bisschen gescheitern. Mensch, das nervt mich total. So ist es. So will ich die Kamera haben. Sehr schön. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen und hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben doch jetzt echt mal in diesem Part auch wieder schön Prozente bekommen. Für mich auf jeden Fall Hammer nice. Und dann sehen wir uns hoffentlich auch nächstes Mal wieder hier in Fliff oder bei irgendeinem anderen Projekt. Sehen wir dann mal einfach. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Hier auf PNB Games. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.